Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute im Test ist der Leslie Sitzpinkler dran. Wir haben ja eine 8 Schuss Pyromold Batterie mit einer NEM von, ja finde ich nicht, steht hier 31,29 Gramm. Preislich liegen wir hier um die 3 bis 4 Euro, je nachdem woher ihr sie bekommt. Und ja, würde ich sagen, gehen wir gleich raus zur Zündung. So, wir machen jetzt den Sitzpinkler für euch. Wie das da auch rausploppt.